Merlin. Willkommen in Camelot. Das Abenteuer geht weiter. Nur wenigen Menschen wurde je ein solches Wissen zuteil. Mit dunklen Mächten. Du willst mich jetzt aufhalten, das werde ich. Fantastischen Kreaturen. Wir werden Camelot vernichten! Und einem Helden, der die Welt verzaubert. Das ist eine meiner vielen Gaben. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Merlin. Die neuen Folgen. Am Mittwoch um 20.15 Uhr. Das Abenteuer geht weiter. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Merlin. Die neuen Folgen. Am Mittwoch um 20.15 Uhr. Merlin. Schließe deine Augen. Öffne deinen Geist. Mittwoch ist der Tag, an dem aus einer Gabe große Magie wird. Wir haben die erst gehofft. Mittwoch ist der Tag, an dem aus Feindschaft Freundschaft wird. Mittwoch ist der Tag. Ich lasse nicht zu, dass du ihm etwas tust. An dem aus einem Geheimnis eine Legende wird. Du bist ein Zauberer. Noch dazu ein Mächtiger. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Merlin. Die neuen Folgen. Am Mittwoch um 20.15 Uhr. Mächtiger. Mächtiger. Mächtiger.